Willkommen wieder auf meinem Kanal Wilder Toaster, Wilder Kaiser, keine Ahnung. Heute spielen wir wieder Laundry Night, ein Indie-Hop-Game von Itch.io. Und wir haben letztes Mal ein Greener Grass Awaits gespielt. Ich weiß, das Video ist nicht gut geworden, aber das hat einfach zu lange gedauert. Das sollte eigentlich ein Display werden, Alter. Aber ja, Kontrolls, leider keine Settings, sonst wäre das Spiel eine 5 von 5. Aber wir spielen jetzt einfach. I love doing my laundry. Tis time of night. It's always so peaceful when no one else is around. Oder wieso musst du das mal in der Nacht machen? Fast I need to grab a basket of dirty laundry and put it into washing. Ich will das hier benutzen. Hallo? Okay, dann nicht so. Kann ich das hier? Okay. Next. Etter Detergant. Was ist das? Was ist das? 5.000 Rewards. Oh, wow. Okay. Found Dog. Okay. Finally. Add a Quartus. Warte mal. Quartus. Was meinst du mit Quartus, Alter? Wow. Ich hab das... Okay. Ich musste nochmal... Ich musste nochmal neu starten. Weil ich glaube, ich hab das Spiel ein bisschen gebrochen, Alter. 10.58 Uhr. Ähm... Was? Lindy Hop? Wie ein Personality Test. Construction Job Fair. Wow. Was? Kabbalah. Oh. Okay. Solange das ist fisch, können wir die... Kann wir die Welt ein bisschen angucken? Wow. Oh. Ich will eigentlich nicht überfahren werden. Next. Move to the wet clouds. To the dry and add some quarters. Okay. Locked. Okay. Danke, Mann. Oder... Warte mal. Hä? Locked! Hä? Kann ich hier... Okay. Ich kann wirklich hier nichts machen. Kann ich hier... Oh. Ich kann hier hingehen. Ne. Doch nicht. Okay. Ich will nicht überfahren werden. Okay. 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 Mach zu! Wo ist die Nanny? Mach so. Mach so. Zack. Zack. Äh... Zack. Ich muss hier... Ich muss hier sehr viel Geld bezahlen. Ich muss hier nicht mitmachen. Ich muss hier... ... ... ... ... ... ... ... Kann ich hier Snacks? Ja, Mann! Was ist das? Äh... Flamino... Flamio... Hot! Was krieg ich? Was? Red Bull einfach! Ich krieg nur die, okay. Kann ich sonst hier noch irgendwie was besuchen? Äh... Locked? Nein. Alles nur verschlossen. Ist das überhaupt die Milternum verschlossen? Das versteh ich nicht. Das ist die beste Musik, Alter. Äh... Äh... Alter. Wirklich, das ist traurig, Mann. Oder das dauert doch nicht so lange zum Trocknen. Aber das ist komisch. Tro... So ne... So ein... So... Trockner? Die... Okay... Trockner gibt's nur bei... In Amerika. Also sie werden oft benutzt in Amerika. Aber sonst... In anderen Ländern gibt's hier fast nicht. Kann ich nicht mal ne Geschichte erzählen? Kann ich nicht mal ne Geschichte erzählen? Neiiiin! Guck mal. What is that strange note on the bulletin board? I should go look at... Ah! Ah, doch die ist so loud! Hey! Hey! Alter! Deuce. Does anyone know this strange woman? That is staring at me through the window. Is she homeless or something? I saw her too on June. Okay. I tried to talk to her, but she disappeared right in front of me. Holy shit was this weird lady. I think she's a ghost. I think she's a ghost. I'm not real, you idiot. Do not be alone after midnight. She will come for you. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ich benutze gerade mein ganzes Geld. Ich benutze gerade mein ganzes Geld. Ich benutze gerade mein ganzes Geld. ich muss dir sagen. Ich muss dir noch ein paar Turritos einnehmen. Ich muss dir noch ein paar Turritos einnehmen. Oh yeah! Warte! Noch EIN DRINK! Wieso ist das so laut? Noch EIN DRINK! So! The fog is too thick to drive fog I shouldn't look over Ey, nicht so laut! Warte, 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 ich muss noch Halt Sicherheit, okay? Halt Sicherheit Ja das schon, das hat zu spi- Nein, ich wollte mein Energydrink mitnehmen! What the f- Okay... Hang in there? Wieso ist das so laut? Ich schwö- Hey! Also ich schwöre, es ist voll laut, Mann! Was ist das? Peppermint, Alter! Die haben auch diese Süßigkeiten! Ich schwöre, das ist vor der Notis Der Dumpster ist, ... to be opened by die Manager... Ich will Wasser! Gib mir Wasser! Jumpscare! Jumpscare! Ich wusste, das ist nicht... Wow, wieso ist das so laut? Let's go, woman! Warte, warte, warte! Ich brauche einen Drink, damit... Damit... Okay, das war richtig... Es war gut und es war gut. Also, ich freue mich immer wieder auf Indie-Horror-Games, wirklich. Aber sonst... Liked das Video und abonniert mich, wenn ihr mich abonniert. Alter, ich will... Ich liebe euch, okay. Und sonst... Sehen wir uns in der nächsten Folge.